So, jetzt im Test die H&M Batterie von Blackbox, Gloria Coloria, 25 Schuss, NEM, 341 Gramm, dann testen wir das Ganze direkt mal. So sieht die ganze ausgepackt aus und dann sehen wir doch mal die Zündung. Genau, ich bleib hier stehen. Boah, dieses Schlachtfeld hier schon, ne? Das ist Wahnsinn. Nulls! Boah, rasant, geil, ne? Da siehst du es einfach, Blackbox hat es drauf. Supergeile Ausbreitung und supergeile Farben. Das ist Blackbox, Leute. Kaufempfehlung, ne? Und das fehlt noch! Bei Lightfire Feuerwerke bestellt. Also die haben wir das ja gesponsert, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall geil. Ja, auf jeden Fall nice. Das ist schon geil. Das ist hier schon wirklich Qualität, Leute, ne? Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja. 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 Ja.